mein kia wird unterstützt von der diamant autowelt ihrem kia partner in wiesbaden ich habe mich positioniert am kia pro sieht das ist unser fahrzeug jetzt für die neue playlist nämlich das erklärvideo von a bis z oder von vorne bis hinten für den kia pro sieht wir werden uns in den nächsten videos alles stück für stück angucken was man bei diesem fahrzeug entdecken kann nämlich angefangen von einfachen dingen wie wie öffne ich eine motorhaube wie komme ich an den tankdeckel dran bis hin zum multimedia system der schaltzentrale quasi dieses fahrzeugs stück für stück schauen wir uns alles an in diesem wagen und ja ich wünsche dir viel spaß wie immer heißt es natürlich falls du irgendeine konkrete nachfrage hast bei diesem wagen einfach immer unter dem video kommentieren und dann gucke ich dass ich das schnellstmöglich für dich beantwortet bekomme viel spaß jetzt bei der anleitung des kia pro sieht